Warum kannst du am Dort-O-Door-Markt in Deutschland nur noch mit SHS-Kunden arbeiten? Und warum meine ich das sogar ernst? Im Dort-O-Door-Vertrieb gab es ja in den letzten Jahren eine ganze Menge Leute, die relativ unsauber zugange gewesen sind, was mittlerweile immer und immer weniger wird, seitdem es uns gibt. Dort-O-Door ist präsenter geworden auf Social Media als je zuvor, womit ich damals 2019 angefangen habe. Das soll keine Lobhudelei sein, sondern ist einfach nur die Realität. Mittlerweile haben wir Dutzende über Dutzende Firmen darin ausgebildet, ebenfalls Social Media für sich zu nutzen, sodass das Ganze präsenter geworden ist. Und was auch präsenter geworden ist, durch den Anstieg der Kompetenzen unserer Kunden, nämlich die Inkompetenz der anderen auf dem Markt. Wir haben mittlerweile über 800 Dort-O-Door-Verkäufer in Deutschland ausgebildet, Dutzende über Dutzende Firmen und Standorte hochgezogen und halten in jeder einzelnen Branche, egal ob Strom und Gas, Telekommunikation, Glasfaser, PV-Lead-Akquise oder was auch immer, den Rekord im Monatsumsatz, an Eigenumsatz im Monat. Wir haben es tatsächlich geschafft, Kunden nicht nur skilltechnisch auszubilden, vom Pitch, von der Einwandballung, vom Closing, von der Körpersprache, von der Tonalität etc., sondern vor allem auch hier oben im Mindset, in der richtigen Einstellung. Auch wie sie wirklich Werte beim Kunden präsentieren, Werte in der Zusammenarbeit mit ihren Mitarbeitern und auch Werte am Markt verbreiten, wie zum Beispiel Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und ein Miteinander. Diese ausführliche Ausbildung, die wir liefern, findest du nirgendwo anders. Es gibt Ausbildungen, in so ziemlich jeder Firma wäre schlimm, wenn nicht. Aber komischerweise, und das hast du ja selbst auch gemerkt, funktioniert das meiste davon nicht so wirklich. Während unsere Kunden berichten, dass wenn sie nur einen einzigen Satz von mir mitbekommen, den an der Tür machen, das sofort direkt klappt. Und die meisten Kunden schon in der ersten Woche bei uns im Training eine rasante Umsatzsteigerung einfach erleben. Wir bilden die Leute komplett ganzheitlich aus. Also nicht nur im Vertrieb, vom Skillset, vom Mindset und von ihrer Attitude her, sondern auch so, dass sie im Leben Erfolg haben und nicht nur im Finanziellen. Und das, was wir vor allem machen, wir gehen alle aktiv gegen Betrüger vor. Egal in welcher Firma. Und das sage nicht ich und das sagen nicht unsere Kunden, sondern das sagen vor allem auch Konzerne, große Konzerne, die auf uns zukommen, die uns anfragen, mit denen wir selber auch gearbeitet haben, im Glasfaserbereich, im Telco-Bereich, im Energiebereich, sagen, und die haben ja den besten Einblick darüber, dass die Kunden von uns nicht nur den höchsten Pro-Kopf-Umsatz haben, sondern vor allem auch die beste Qualität und sie das jahrelang beobachtet haben. Sehr, sehr viele große Glasfaser-Anbieter beispielsweise sind auf uns zugekommen im letzten Jahr und haben angefragt für Trainings, ob wir nicht alle deren selbstständigen Agenturen schulen können. Wir haben da nicht so wirklich Bock drauf, weil wir wollen wirklich nur mit ausgewählten Leuten arbeiten und nicht da hunderte Agenturen vorgesetzt bekommen und dann hat vielleicht ein Drittel davon gar keinen Bock drauf, sich weiterzubilden. Deswegen haben wir sowas immer abgelehnt. Manchmal haben wir es aber auch angenommen und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Fakt ist, wenn die großen Versorger, die Konzerne sogar schon auf uns zukommen, nachdem sie jahrelang die Zahlen intern beobachtet haben und festgestellt haben, dass es am meisten Sinn macht, mit SHRS-Kunden zu arbeiten, dann solltest du diesen Sinn dahinter auch mal vielleicht ein bisschen mehr beleuchten. Was bedeutet das für dich als Auftraggeber? Was bedeutet das für dich als Arbeitgeber? Was bedeutet das für dich als Dotto-Dor-Vertriebler? Wenn du nur noch mit SHRS-Kunden zusammenarbeitest, dann wirst du mit Leuten zusammenarbeiten, die ethisch und korrekt verkaufen können. Die Fähigkeiten drauf haben, die motiviert sind, die sich ihrer Verantwortung beim Kunden bewusst sind, die sich ihrer Verantwortung im Leben letztendlich bewusst sind und die auch dafür sorgen, dass der Kunde ein Produkt mit Mehrwert bekommt, dass der Anbieter sie auch selbst nicht über den Tisch zieht. Manchmal ist es ja immer so, wenn Probleme sind, dann heißt es vom Anbieter, ja, ist nur bei euch so. Funktioniert nicht mehr so ganz, seitdem es die SHRS gilt, weil wir ein ganzes Führungskräfte- und Geschäftsführertraining haben, wo sich die Leute alle verbunden haben und wenn sowas ist, sofort untereinander gefragt wird, ist das bei euch auch so? Ja, wenn dann alle zum Schluss kommen, ja, ist bei uns auch so, wissen sie genau, es liegt am Anbieter und nicht an denen. Du wirst selber, wenn du nur mit SHRS-Kunden arbeitest, viel mehr Geld verdienen, viel höhere Umsätze fahren. Du wirst eine bessere Qualität haben, du wirst weniger Beschwerden haben. Du wirst vor allem auch eine langfristige Zusammenarbeit haben, weil wir die Leute darauf schulen, nicht nur auf Provisionen zu gucken, weil es nur ein Kriterium von 100 ist, sondern wirklich, wenn in der Firma alles stimmt, loyal gegenüber der Firma zu sein, gegenüber ihren Führungskräften, gegenüber ihren Unternehmen, weil das für beide Seiten langfristig für den größten Erfolg sorgt. Wir sorgen auch dafür, dass Leute verstehen, nur ein Produkt zu verkaufen, nicht die ganze Zeit von Firma zu Firma hin und her zu switchen, so unter dem Motto, die Wiese ist ja immer woanders grüner, sondern zu verstehen, dass die Wiese da grüner ist, wo sie gewässert wird. Und was ebenfalls Fakt ist, ist, dass wir alles mit Herz machen. Und das merkst du, das merken aber vor allem die Leute, die mit uns zu tun haben. Mir geht es nicht ums Geld. Ich habe genug Geld. Und einfach, um es mal ganz platt zu sagen, auch du selbst hast nichts, was du mir geben kannst, was ich nicht schon habe. Geld habe ich schon. Aber ich habe was, was du nicht hast, nämlich eine Menge Wissen über Dotto Dor. Und was mich nicht erfüllt, ist, wenn du jetzt jetzt ein paar tausend Euro bezahlst für ein Training, sondern was mich erfüllt, ist, wenn du mir nach ein paar Wochen, Monaten ein Video schickst und sagst, alter Falter, das war die geilste Entscheidung, die ich in meinem Leben treffen konnte. Weil mein Erfolg hängt auch von unserem positiven Ruf ab, den wir extrem gut in den letzten Jahren aufgebaut haben. Und wenn ich dich jetzt ins Training lasse, du nichts umsetzt, aber mir Geld bezahlst, erzählst du das ja anderen. Dadurch wird der Ruf schlechter. Und damit haben wir alle nichts gewonnen. So, es bedeutet, uns geht es darum, unsere Mission hier zu erfüllen, dafür zu sorgen, dass Dotto Dor-Vertrieb in Deutschland richtig sauber wird, noch viel erfolgreicher wird, als es jetzt aktuell ist. Und dafür haben wir jeden einzelnen SHS-Kunden ebenfalls bewegt, das Ganze mit zu verwirklichen und zu tun. Also, wenn du in Zukunft nochmal Mitarbeiter suchst im Dotto Dor-Vertrieb, wenn du als Auftraggeber Agenturen suchst, ist ja schon oft so, jetzt mittlerweile, ja, dann nimm SHS-Kunden, du triffst immer die beste Wahl. Und wenn du selber Bock hast, SHS-Kunde zu werden, dann geh einfach auf shhs.de, trag dich dort ein zum kostenlosen Erstgespräch, um nicht nur zu lernen, wie du 100 bis 200 Neukunden Eigenumsatz im Monat an der Haustür machst und richtig viel Geld mit Dotto Dor verdienst, sondern vor allem, wie du das auf ethisch korrekte Art und Weise schaffst, um nachts richtig gut zu schlafen. Bis dahin, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, wir sehen uns im nächsten Video.